Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 15. April Zuletzt als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich und schallte ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, das sie nicht geglaubt hatten. Markus 16, Vers 14 Ein unbeschreiblicher Glanz, eine nicht auszusagen der Freude liegt über den Auferstehungsberichten des Neuen Testaments. Mittendrin aber steht auf einmal diese dunkle Szene, diese erschreckende Schilderung. Fröhlich sitzen die Jünger beim Mahl. Ich vermute, sie haben fest zugegriffen. In den Tagen der Angst hatten sie kaum etwas gegessen. Aber nun war Jesus ihr Auferstanden. Ihr Held und Heiland war frei. Das wollen wir alle froh sein, hieß es nun. Und da erscheint auf einmal der Auferstandene. Freudig wollen sie ihn umringen, doch sie erstarren vor Schreck. Er fängt an zu schelten. Im Griechischen steht hier das Wort Oneidizein Das heißt schmähen, beschimpfen. Dasselbe Wort kommt vor in dem Kreuzigungsbericht, wo einer der mitgekreuzigten Schecher den Herrn Jesus beschimpft. Es ist viel gepredigt worden über die Osterfreude, über Ostertrost und Osterlicht. Aber hier hören wir vom Osterzorn. Ja, Jesus ist zornig. Er geht hart um mit seinen lieben Jüngern. Nun ist dieser Zorn auch wieder merkwürdig. Wir könnten uns gut vorstellen, dass Jesus zornig gewesen wäre, über das Versagen der Jünger am Karfreitag, über ihr Verleugnen und ihre Sünde. Doch davon sagt er kein Wort. Für die Schuld ist er ja gestorben. Die hat er weggetragen am Kreuz. Aber den Unglauben schild er, dass sie seinen Worten nicht geglaubt hatten, hat er doch deutlich oft gesagt, dass er auferstehen werde. Da ringt Gott um unsere Herzen durch die großen Taten Jesu. Aber unseres Herzens Härtigkeit will es nicht fassen. Unseres Herzens Härtigkeit. Herr, erlöse uns von uns selbst, dass wir glauben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. -...